Liebe Wählerinnen und Wähler, wenn ein Politiker sich an Sie richtet, dann können Sie sicher sein, es ist Wahlkampf. Aber es gibt auch Unterschiede. Der Kandidat, Ihr Kandidat, Ihr FDP-Kandidat, Roland Sitzmann im Wahlkreis Feigenenz, der macht den Unterschied. Er ist nämlich jemand, der bodenständig ist, der vor Ort ist, der weiß, was die Leute denken und der ihnen nicht nach dem Munde redet, sondern seine Überzeugung vertritt. Ich kenne und schätze Roland Sitzmann genau deshalb seit vielen Jahren. Wäre gerne persönlich zu ihm in den Wahlkreis gekommen, jetzt für diese Wahl, aber Corona macht es leider nicht möglich. Mein Weg wäre nicht weit gewesen. Ich komme von Heilbronn. Mein Name ist Michael Link. Ich bin dort der Kreisvorsitzende der FDP und hier in Berlin, wo ich jetzt gerade hier bin, in meinem Büro, bin ich der europapolitische Sprecher der FDP. im Deutschen Bundestag. Und Europa, glauben Sie mir, ist nicht weit weg. Europa ist bei uns vor Ort. Alleine jetzt, wenn wir sehen, wie Baden-Württemberg so stark leidet in der Corona-Krise, wenn zum Beispiel Grenzen geschlossen werden, wenn Warenströme nicht mehr so laufen. Genau deshalb machen wir Politik. Roland Sitzmann und ich setzen uns ein, dass unser erfolgreiches Modell zu leben, zu wirtschaften und ja, auch für die Zukunft zu sorgen, dass wir das weiter machen können in Baden-Württemberg. Dafür brauchen wir starke, liberale Charakterköpfe. Dafür brauchen wir Roland Sitzmann und bitte unterstützen Sie ihn mit ihrer Stimme am 14. März.